Hallo und herzlich willkommen. So, um mal die wichtigste Information voranzugehen, beziehungsweise es steht ja schon im Videotitel drin, ja. Nachdem das sich mit meinem Internet immer noch nicht gebessert hat und ich ehrlich gesagt im Moment auch keine großen Chancen sehe, dass da sich noch was ändert, bin ich dann doch wieder für die Livestreams auf Twitch umgestiegen und hab da jetzt mal so ein paar Teststreams gemacht die letzten paar Tage und hab festgestellt, da läuft es jetzt tatsächlich problemlos. Und bei den niedrigen, also bei diesen 6 Mbit, die man halt bei Twitch maximal nehmen kann, bei diesen niedrigen Bitraten sieht halt das Bild dann doch deutlich besser als das auf YouTube. Und von daher wird jetzt der gute alte Twitch-Kanal mal wieder reaktiviert und die Livestreams werden dann da stattfinden zu den im Banner angegebenen Zeiten. Also daran wird sich nichts ändern, hoffentlich. Und ja, und ich werde halt dann, wie auch schon vielleicht gemerkt, die Aufzeichnungen dann auf YouTube trotzdem noch hochladen, falls sich's da noch jemand im Nachhinein anschauen möchte und es halt dann eben dauerhaft gespeichert wird. Aber ja, ich hab dann, also ich, wen's jetzt mal interessiert, ich hab jetzt halt mal mit meinem Provider mich ein wenig auseinandergesetzt, da noch ein bisschen rumgefragt und rumgearbeitet und hab auch eine ausführliche Mail geschrieben mit Screenshots von der Fritzbox, dass es halt eben bei, also ihr seht's auch hier unten grad, ich lade ja grad noch zwei Videos hoch, sollten eigentlich so 5,6, äh gut, so 5,5 MB maximal sein und ihr seht ja, was dabei rumkommt. Und, ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist halt zu wenig, um mit 1080p anständig streamen zu können und mit 720p sieht's halt auf YouTube ziemlich beschissen aus, selbst beim Streaming oder gerade beim Streaming. Und, äh, von daher, die Streams jetzt auf Twitch, also wie gesagt, ich hatte mit denen nochmal geschrieben, hab auch Screenshots meiner Fritzbox mitgeschickt von meinem Anschluss, dass es bei allen anderen Leuten, äh, bei denen ich war, problemlos funktioniert, sondern halt wirklich an diesem Anschluss hier im Haus irgendwie liegt. Ähm, und sie können wohl irgendwie nix machen oder nix feststellen an Fehlern. Es gibt keine auffällig hohe Störeinstrahlung. Es gibt, äh, die Fritzbox ist wohl in Ordnung, die Leitung ist wohl in Ordnung. Es tritt auch irgendwie nur bei den Google-Diensten auf. Äh, also wenn ich zu, zu, meinetwegen der Dropbox was hochlade, das geht dann komplett durch. Und von daher, keine Ahnung, also ich gehe davon aus, dass das nicht mehr gelöst werden wird oder nicht gelöst werden kann und ich werde halt dann hier mal abwarten und wenn ich dann irgendwann in die neue Wohnung gezogen bin, hoffentlich, dass es da dann wieder geht. Vielleicht gehen wir dann wieder zurück auf, äh, YouTube. Ähm, sehe mich wahrscheinlich sogar. Aber im Moment werden die Streams jetzt erstmal, äh, solange ich hier noch wohne, auf Twitch weitergehen. Und, äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das irgendwann nochmal regelt hier mit der Internetleitung. Ähm, die haben halt keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt und, äh, weiß auch nicht, was ich ihnen noch alles an, an, äh, berichten und so geben soll, dass sie eventuell was, was rauskriegen könnten. Also ich gehe davon aus, irgendwo ist hier entweder ein Knotenpunkt überlastet, aber sie meinten, ohne einen Tracer können sie nichts machen und der Tracer sieht jetzt auch nicht irgendwie auffällig aus. Von daher, oder, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, irgendwas stimmt halt hier mit der Leitung nicht, äh, kann aber leider nicht rausgefunden was. Und von daher, um einigermaßen anständige Qualität zu bieten, äh, gehe ich dann halt auf Twitch zurück. Da Twitch halt bei, bei den Streams, die Source sendet, also nicht nochmal, wie im Gegensatz zu YouTube, runterkomprimiert. Und bei YouTube wäre das halt mit den höheren Bitraten gegangen, dass man da ein anständiges Bild hat. Äh, Twitch hat halt leider nur die 6 Mbit. Ich weiß, man kann höher gehen, aber dann fliegst du halt raus oder wirst rausgeschmissen, wenn, wenn die Server überlastet sind. Also wenn gerade viele online sind und das möchte ich nicht riskieren. Und ich hab mal, also mit den 6 Mbit auf 720p sieht's einigermaßen gut aus. Von daher, ich kann bei Streams leider nicht diese Videoqualität erreichen, die ich gerne möchte. Ähm, aufgrund der Begrenzungen, äh, die die Streamingdienste bieten. Von daher muss ich mich halt damit abfinden. Und, ähm, ja, wie gesagt, auch hier Twitch.tv, Peacemaker zockt, wie üblich. Ähm, und dort könnt ihr dann halt den Kanal finden. Und dort werde ich halt dann jetzt zu den gewohnten Zeiten, Montag und Dienstag, die Streams zu, im Moment, GTA 5 und Dragon Age Inquisition machen. Dankeschön, wie gesagt, tut mir leid, ich würde echt gerne wieder auf YouTube zurückwechseln. Aber im Moment bin ich mit der Qualität, die ich halt mit der Leitung hier habe, absolut nicht zufrieden. Und, ähm, das will ich dann weder mir noch euch antun. Von daher, back to the roots. Danke für die Aufmerksamkeit und, äh, ich hoffe, es ändert sich bald auch mal wieder.